äh, wo muss er auflanden? äh, kann er auflanden? ich war nah nebendran äh, wo? da, da links da ist ein kleines braunes Feld oh ja es hieß erst kurz vorher ich hab's wirklich sehr schuld gesehen ich muss noch nie in Wasser landen ne, da steht nebendran ein Schild, you did it oh, da, eins bleibt neben mir nein, da muss er nicht drauf ah, ich weiß gleich wo ich kann auch ne Anleitung lesen ich bin drauf, also, das ist nicht ja, ach ne ich hab's nicht drauf ich bin drauf ja, ich hab's nicht drauf ich hab's nicht drauf ja, ich hab's nicht drauf ja, ja, genau und jetzt einfach trotzdem tot nein knapp, dann lieb's auch vorbei nein, ich hab's überhaupt den Vorder an ich hab's ja auch noch nein 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 ich hab's nicht drauf wenn wir den der jetzt nicht das klar ist Ich bin unter... Was steht da? Yay, you did it! Now you can dance and dick and chick. So, was geht hier noch? Was hab ich hier ausgerundet? Was ist? B-41 Das ist gut. Oh nein. Oh nein. Hä? Ich hab sie gecheckt. Das war ja einfach. Oh nein. Ah, Speed. Wo muss er noch bitte landen? Da sind komische Leute Zombies. Wie geht das auf dich? Stufe für Stufe. Ja. Ja. Haha. Drop me. Ich hab's nicht... Troppen. Da sind wir runter. Okay. Und ich hab ja Todes-Counter recht. Was, Todes-Counter? Ey, cool. Hat jemand einen Fernklass für mich? Warum? Jetzt guck mal was da unten ist. Was soll ich da drauf springen? War das ein Block Wasser? Ja, keine Ahnung. Ich glaub da muss wirklich einzelne Sprünge hier machen. Weil das hier war doch grad kein Wasser. Ne, das ist auch ein Eisblock. YOLO! Ich glaub du musst wirklich hier einzelne runter springen, weil an einer der Anleitung stand drin. Also versuch von Hochzuschiffen, äh, äh, etwas zu finden, wo du deinen Geschwindig den Fall abbremst. Oder versuch wirklich langsam runterzukämpfen. Oh Gott! Dann klappt sowas ist es hier. Oh, da ist aber ein ziemlich großer Sprung jetzt für mich. Er bleibt noch. Bei einem Herz. Jellit. Oh, da kommt sicher nicht. Dann... ...gebe er voll und wieder eins tiefer. So. Die Seite. Wie weit haben wir es denn noch? Oh, da geht es aber tief runter. Da drüben. Ich will Blöcke wegbauen können. Ich will Blöcke wegbauen können. Oh, ne, doch nicht. Okay... In unten liegt ein Buch. Ich bin schon ziemlich nah unten. Alles selten in mir liegt ein Buch von dir. Ich hab die Bücher vorne weggeschmissen, ja. doch so fern nicht immer vorrecken die nette spielten mit nur solchen ich bin ganz unten aber du musst noch dann nehme ich habe ich so weit bin ich schon ich werde ganz ich habe mitscheln zu blau oder da ging es zu weit runter ich bin unten ok was hat er ich mir um ich bin ein dann drück mal ich kann das leben was war hier Hefler What the hell is Heffler? Oh. Äh. Aua. Das baut sich so spät auf. Ne, das ist sicher weil da Wolken weg sind. Oh, das war die scheiße Wolken. Das geht irgendwie schon die ganze Zeit raus. Wolken. Egal keine Wolken. Echt? Das hat sich ausgestattet. Das Wasser? Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's auch gesehen. Oh, da gab noch eine Kiste. Das sind nur zwei Höhen. Zwei Teile, wo ich bin. Oh, guck mal an was er. Ich war einen Block neben dem Wasser. Aha. Ich war eine Kiste eint vorm Wasser. Ich war ein halber Block. Knapp daneben ist auch vorbei. Starte. Oh, ich hab's auch geschafft. Oh, oh Gott. Wo flieg ich denn hier? Voll schräg geflogen. Geflogen. Bitte durch. Dann da nicht durch. Oh. Wo kommt das her? Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ach du auch schon? Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ich lieg im Wasser tot. Ja, ich auch. Autsch. Knapp daneben ist auch vorbei. Autsch. Das hat sich bei mir grad voll spät aufgebaut erst. Was ist das durch ein Server bei mir drüben ist? Aber ich hab's viel schwerer als du. Ach. Auf Kante vom Wasser. Voll, man sieht es fast gar nicht, weil es alles gelb ist. Ich lieg drin, hoho. Ich schaue, als ob ich durch die Mitte und dann durch die Linke. Durch irgendeins dann ja. Ja. Aber haarschhaft durchgehen. Hab auf den Schwamm gelaufen. Mhm. Das war zu schön, um wahr zu sein. Ach nein! Ich bin wieder einen halben Block davor. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Sie seht nicht. Ach, da ist es. Das war's. Fischl. Was? Echt? Cool. Einfach weiter als nächstes, oder? Mit Trench. Oh, ich nehm's, Frau Sogen, nicht. Jetzt sag ich mir an, Graubschiffe. Also was? Was? was für einen goldenen und ich einfach hätte ich jetzt mal so sagen da kam auf einmal ein stein, die ich gesehen habe ich sehe da gar nicht da kann auf einmal 10 cm vorbeigst du stellst dich auf die Teile auf, guck mal du hörst mal deine Runde, das kann ich hab kein Schaus das wird auf die Teile 2 ich bin schon höher, ich krieg die Daten so langsam von dir wo die Blöcke sind vom Netzwerk soll ich drücken? ja klingeling klingeling in Zukunft oh, leute Steinchen neku ja kann ja viele Steinchen und nicht wieder auf Dings landen auf was? auf, äh, oh auf dem grünen Zeug da ja, Weikafass da da kommst du aber auf diesen und geschafft ja dann ausbauen zu lassen und klopft klopfen dann gehen wir in den Dings da dort auch mal was eins, drei zwei ich setze dich jetzt mal mit dem Papier an also acht eins zwei sechs sieben drei acht eins drei sechs sieben zwei acht eins drei drei eins drei sechs sieben acht eins drei sechs sieben also wie 8 8 1 3 6 7 weiter wenn ich noch nicht komme 8 1 3 6 8 1 3 6 7 2 ist mir 9 was da geht es auch weiter 0 noch 0 fehlt noch 8 1 3 6 7 genau wissen wir ich habe gerade mal ein Prodruck 8 1 3 6 7 2 9 8 4 müsste noch fehlen also 4 ja gucken 4 9 3 10 turning 4 6 6 1 ok 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.